Ja Hallihallo meine lieben Freunde, ein kleines Informationsvideo von mir, dem Tenshi und zwar geht es darum, Factorio und Prison Architekt sollten heute rauskommen, ich kam aber nicht dazu das aufzunehmen, ich war jetzt schon die ganze Zeit unterwegs, äh Ämter und so und gleich muss ich zur Ausbildung und ja dann bin ich erst zu 18 Uhr wieder da, dann muss ich zwei Stunden noch Minecraft aufnehmen und ja, aber ich kann euch versprechen, am Freitag geht es auf jeden Fall weiter, in Factorio mit einer neuen Karte, ihr habt euch ja so gewünscht, ich hoffe, ähm, das, äh, ja, kommt euch dann gut entgegen und so, ne, und ja, dann, äh, ja, das war es auch schon, Donnerstag geht es dann wieder, äh, hoffentlich mit Factorio und so weiter, mit neuer Karte, ja, bis dann, Tschüssi! Ehhhh Ehhhh Pst